Ah, scheiße. Stroh. Warum seid ihr alle gleich? Keiner von euch hat nen Beruf. Ihr seht alle gleich aus. Ne, außer du. Du hast nen Beruf. Aber ansonsten... Nix. Hallo, ich bin auf der Suche nach Bambus. Könnt ihr mir weiterhelfen? Da ist gerade ein Hase gestorben. Und ein Ocelot... Ah, ne, nicht gestorben, sondern gefressen worden von dem Ocelot. Okay, die fressen sich gegenseitig. Passt. Hier hat man so nen Brunnen hingemacht. Und jetzt... Ja klar, kommt wieder Savanne. Ah, was hab ich dem Map-Generator gesagt habe. Gib mir... ...nur noch Savanne. Dafür ist die Wüste klein und jetzt wird wieder Savanne. Oh, Junge. Das könnt ihr... Das kann... Das Spiel nicht ernst meinen. Ich wollte eigentlich schon längstens Feierabend machen, aber ich kann euch das nicht antun, dass ich jetzt einfach hier im Kreis renne. Hier ist dann das nächste NPC-Dorf. Hä? Hä? Komm schon. Map-Generator enttäuscht mich nicht. Hier sieht's ein bisschen grüner aus. Komm schon. Ich muss das alles nachher noch zurück, ne? Mach ich das? Ohhhh. Ohhhh. Man sollte gewisse Dinge, Entscheidungen nicht nach Null Uhr treffen. Die Entscheidung hier, die fällt da runter. Aber was haben wir jetzt von gesehen? Ja, wunderschön. Savanne. Wow. Aui. Also... Ich hab nix dagegen. Hab ich gerade das Ziel... Äh... Bambus. Und nicht Savannos. Steh los. So. Wir fänden lieber wieder zurück. So, da hinten ist wieder ein NPC-Dorf. Und wir befinden uns immer noch in der Sau. Oh, aber das sieht... ...schon spezieller aus. Da gehen wir nochmal kurz hin. What the fuck? Okay. Hat einer von euch Bambus? Entschuldigen Sie bitte. Anse Bambus? Können Sie mir vielleicht helfen, wo ich Bambus finde? Nein, das mache ich nicht. Hallo. Entschuldigung. Musik. Ist sie da? Nein, das sind natürlich auch nicht... Aber die haben die NPC davon richtig geil gemacht. Ah. Ozean. Wow. Wer hätte es gedacht? Ja gut, dann ähm... Ja gut, dann ähm... Das wäre zu witzig, wenn das gehen würde. Das wäre zu witzig, wenn das gehen würde. Warte mal. Nein. Geht nicht. Alter, das... Ah. Dann geht es halt weiter. Die nächsten Inseln. Wir sind mittlerweile... ...7.500 Blöcke weg. Ich will doch nur Bambus. Das war die dümmste Idee. Okay. Ich sage das so lange, bis ich äh... ...bis ich Bambus finde. Komm schon Map Generator. Enttäusch mich nicht. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, ich drehe mich wirklich im Kreis. Bitte. Gib mir etwas... Ähm... Dingens. Etwas Gutes. Nur etwas. Nur so... ...zum kleinen Funken. Komm schon. Das sieht so geil aus. Würde ich das an einem anderen Tag... ...oder in anderen Umständen erkunden. Das ist sicher geflasht. Hm. Am liebsten würde ich einfach so... ...Creative Mode reinballern... ...rumfliegen... ...bis zum nächsten Bambus-Firm... ...und dann weitermachen. Ah. Server-Admin-Problems. Dürfen... ...sön. ...stöne... Dürfen... ...nüttöne... ...güggtöne... Juck... ...vam... ...sön. Oh. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Da noch so ein hoffnungsvoller Beat. Ja. Ich bin im Dschungel-Biom angekommen. Oh, wie geil. Und nachher nur noch das Ganze zurück. Oh, Mann. Das Holz nehme ich mal mit. Und wie nimmt man Holz mit? Richtig. Ich hoffe, ich kriege da einen Zeppling. Kriege ich von dem schon Zepplings? Das ist ja eigentlich der gleiche Baum. Sagen wir jetzt aber bloß nicht, es gibt hier keinen Bambus. Es muss hier welchen geben. So, zersetzt sich der Baum schon. Komm schon, der Zeppling ist obligatorisch. Eichen. Drop. Bitte drop. Ich könnte heulen. Ich dachte, in dem Biom gibt es Dingens. Also, beim Hardcore Survival war hier noch Dingens. Bambus. Also, nicht mit dem Seed, aber in dem Biom. Oder wir sind im Sparse Jungle. Was ist das Sparse Jungle? Ist das die Vorstufe von Dschungel? Oh, nee, bitte nicht. Komm schon. Ich möchte doch nur das mitnehmen. Bambus. Bambus. Ah, hinten sieht es langsam gut aus. Alter, das wird... Uff, das wird eine lange, 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 lange Jahre kreisen. Papagei! Nein. Ich wollte das Ding zuerst hauen. Hier geht's. Es gibt hier breit und breit. Digga. Bist. Bist. Äh, Jungle. Hier sind wir im Jungle. Das war vor Jungle. Und jetzt sind wir Jungle Jungle. Oh. Jetzt werde ich runtergefangen. Komm schon. Das muss doch dieses Bombo sein. Da. Ja. Ja. Geschafft. Jetzt können wir umkehren. Also, wo müssen wir hin? X. 300. Das heißt, in die Richtung. Eigentlich müsste ich nur so ein Zeppelin mitnehmen, dass wir die Bäume kontinieren können. Ich glaube, ich glaube, das ergibt sich nicht so schnell. Aber wir finden wieder den Weg zu gut. Das war geil. Garantieren kann ich es noch nicht. Ich glaube, hier. Hier haben wir schon ein Baum aufgebaut. Ja, hier vorne. Ja, da schwebt das Ding. Komm schon. Gibst du mir Zeppling? Komm schon. Nicht Eichen.